Nachdem wir jetzt auf diesen merkwürdigen Planeten gelandet sind, bin ich mal gespannt, was uns hier so erwartet. Die lassen uns auf jeden Fall wie immer alle im Stich und wir müssen uns als Einzelkämpfer hier durch den ganzen tiefen Dschungel durchkämpfen. Allerdings denke ich mal überlegen, wo wir hin müssen. Sieht hier alles so gleich aus. Ich denke, wenn wir in eine Richtung laufen und Gegner kommen, dann wird das schon der richtige Weg sein. Okay, da fliegen schon irgendwelche Leute durch die Gegend. Waren das jetzt Aliens? Ja. Okay. Dann wurden die schon mal von unseren Mitspielern getötet, aber wahrscheinlich nicht so. Das Zielwasser habe ich vergessen zu trinken. Tut mir leid. Na komm, immer auf den Kopf, um möglichst viel Munition zu sparen. Jetzt haben wir das geliebte Scharfschützengewehr nicht mehr, ja. Hab ich mir schon gedacht. So ein Mist. Die Pistole ist auch so ein kleines Scharfschützengewehr. Hier müssen wir hoch. Okay, das ist wohl ein riesen dicker Baum. Da müssen wir hoch. Der hat uns auf jeden Fall gesehen, aber wo der jetzt hingelaufen ist? I don't know. Boah. Da für'n Krieg, ey. Wo laufen die weg? Was ist denn da los? Was schießt der denn da? Ich glaub, die laufen aber nicht von mir weg. Nichts wird überleben. Du auch nicht. Na komm schon. Ja. Was kommt hier denn? Kommen die aus den Löchern gekrochen oder wie kann ich mir das vorstellen? Da war noch einer. Also ich habe es auf dem Radar gesehen, da war so ein roter Punkt. Ach komm. Halten wir jetzt nicht länger mit auf. Ich meine, wir sind hier falsch. Oder sind wir hier richtig? Oha. Kommt ja direkt automatisch hoch. Praktisch. Ferngesteuerter Fahrstuhl. Und wo geht's jetzt hoch? Na ja, runter. Oh mein. Das sieht aber tief aus. Ja. Okay. Da ist nix. Gucken wir mal hier rum. Oh Mann, ey. Rum. Ich wollte eigentlich da reinwerfen. Ja. Was hängen die auch alle auf einem Haufen, ey? Das ist ja auch alles andere als durchdacht. Was machen die denn hier? Die Pistole ist auf gut gegen diese Schildträger. Ich warte übrigens immer noch auf die Tipps, wie man die am besten erledigt. Ich bin jetzt einfach runtergesprungen. Und hoffen wir, dass es richtig ist. Ja. Gehen wir mal hier her. Hucken wir mal, was es hier so gibt. Boah. Jawoll. Welche enge Gänge sind jetzt gegen die Gegner ganz in Ordnung. Und was macht er? Das Ding fliegt durch seine Beine. Oder über ihn. Habe ich jetzt gerade nicht genau gesehen. Und der guckt die Granate an und denkt sich... Oh fuck. Ich bin tot. Oder irgendwie sowas hat er sich gerade gedacht. Manchmal machen die diese Rolle echt unnötig. Weil dann ist das Schild weg und... Oh, was ist denn hier passiert dann? Soll das Alienblut sein? Kommen wir jetzt da durch. Picken wir uns da noch mal. Kommen wir aber nicht hin. Hm. Okay. Was war das denn? Irgendwann ist das zu... Was sind wir hier überhaupt denn? Wenn ich die Dinger sehe, dann denke ich mir immer, die Brüder sind wieder unterwegs. Hm. Ich weiß nicht. Soll ich die Waffe nehmen? Besser nicht. Da ist zu. Und jetzt? Da ist auch irgendwas, oder? Ah. Müssen wir rüberspringen. Okay. Hier ist nix. Scheint jedenfalls zu. Oh. Hi. Zurück! Zurück! Aus mir macht ihr keins von diesen Dingern! Ich pust euch das an raus! Rührt mich nicht an! Alter! Was ist mit dem denn los? Rührt mich nicht an! Ich werde keiner von euch! Lieber sterbe ich! Sucht euch ein anderes Versteck! Die Bister sind überall! Der gibt sich noch die Kugel. Den lassen wir lieber in Ruhe. Ich will den jetzt nicht erlösen. Wir müssen doch hier hoch, denke ich mal, oder? Na, guck schon. Springen hoch. Vor was hat der Angst denn? Hm, bin ich mal gespannt. Es kommen wahrscheinlich irgendwelche Zombies. Wie man so aus Zombiefilmen kennt. Oder spielen. Na. Wo? Ach, das ist der Typ von unten. Da müssen wir... Waren wir da nicht gerade? Ne. Ach, wir waren da unten gerade. Mann, die Gänge sehen echt alle gleich aus. Ich bin manchmal echt... Ein bisschen aufgeschmissen. Obwohl ich ja eigentlich einen... Relativ guten Orientierungssinn habe. Aber wenn alles gleich aussieht, dann... Es ist natürlich schwierig, die Orientierung zu behalten. Ist es hier so? Kann man irgendwas drücken? Nein. Hier auch nicht. Also müssen wir da runter. Da kommen die Zombies. Jetzt packen die ihn von hinten und... Dann wird der Master Chief so ein... Zombie-Roboter. Huh. Na, doch nicht. Oh, Hauptsache der war an der Tür gelehnt oder was? Was ist denn da los? Na, sieht das geil aus, wie der am Schleichen ist. Ah, okay, der nimmt sich wahrscheinlich jetzt die Help-Kamera vor. Mal schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Private Jenkins. Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht? Ist mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten sie es ihnen nächstes Mal an, Bizanti. Die werden ihnen sicher gern helfen. LZ sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Okay, die waren wohl irgendwie auf dem Weg auf irgendeine Mission. Und jetzt geht es weiter. Randladen, Jenkins! Also für mich sieht das jetzt so aus, wo wir reingelaufen sind. Da unten ist auf jeden Fall der Fahrstuhl. Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Käpt'n und seinen Trupp. Und dann rein! Sir! Okay, gehen wir! Ja, die Frage ist, was die allen für eine Mission hatten, um da runter zu gehen. Spulen wir vorwärts. Das ist doch irre! Sehen sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Klasma-Treffer? Möglich, keine Ahnung. Ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Elite-Einheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Okay. Das ist ja spannend. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ist das jetzt die eine Tür, die wir gerade auch aufgemacht haben? Nicht, dass wir jetzt irgendwie in der Falle sitzen. Oh ja, das ist die Tür. Aber noch seh ich nichts. Ich hab's ein mieses Gefühl. Ich hab' auch ein mieses Gefühl. Ich hab' auch ein mieses Gefühl. Ich hab' auch ein mieses Gefühl. Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Centro-Kontakte! Jede Menge! Aber die sind nicht von der Allianz! Die machen uns platt! Nein! Nein! Corporal! Hören Sie mich! Mendoza! Sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen! Finden Sie raus, was hier los ist! Aber... Keine Widerrede, Soldat! Ich habe einen Befehl erteilt! Hören Sie, Sarge! Da kommen die Zombies! Was ist das? Oder wo auch immer es sein soll. Ich bin gespannt, was es ist. Und, 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 und? Hä? Was ist das denn? Was sind das denn für Fischer? Sie sehen aus wie aus den Alien-Filmen. Die Facehugger. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele Tards! Versuchen Sie das nicht, Mary! Alter, schieß doch, du Idiot! Äh, okay, der ist schon tot, aber... Oh mein Gott! Zu viele! Oh mein Gott! Okay, jetzt... Wir wissen also, was passiert ist. Jetzt kommen die auf uns zu wahrscheinlich. Na dann... Rock'n'Roll! Na, wo seid ihr denn, ihr kleinen... Hallo? Wo seid ihr, meine Lieben? Hallo? 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 Na, wo kommt ihr denn raus? Wo? Mach da hin? Ach, Kanonenfutter, würde ich mal sagen. Wir kommen uns ja nicht mal zu nahe. Oh, Moment. Jetzt muss ich mich aber auch mal ein bisschen bewegen. Mann, ey. Mann, die zerfliegen ja wie Luft, ja. Ach, komm, ich komm mal auf die zu. Gar kein Thema. Wäre mal geil, wenn so... Zwei Millionen Stück auf einen Zug kommen und dann ballert man alles nieder, aber die lösen sich ja nur leider in Luft auf. Von daher auch nicht so spannend. Das war's jetzt, oder was? Ich ganz alleine und die haben das zu zehnten nicht geschafft, oder was? Mann, 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 ey. Ich glaube, ich muss irgendwo eine Tür durch. Ich glaube, ich muss irgendwo eine Tür durch. Wann brauchen wir nicht mehr die Pack? Ach, da war einer tot. Woher kommen die denn her? Was ist das auf der Wand, oder was? Oder kann ich mir das vorstellen? Na, eigentlich, ey. Die sind da irgendwie hängen geblieben, ne? Was ist das denn für Kreaturen, ey? Ja. Woher? Jawohl, einfach mit Dauerfeuer drauf. Wie ich ja schon bereits erzählt hab. Bei Halo einer der besten Tricks. Einfach Dauerfeuer drauf. Was ist das jetzt, oder was? Na, komm. Nachschub. Ich brauche Nachschub. Ich brauche Nachschub. Kann ich jetzt da durch? Wahrscheinlich, oder? Was war das denn für ein Vieh? Boah. Boah. Nein, 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 nein. Mann, ey. Ich dachte, ich sprudiere mit dem zusammen, ey. Das wollte ich natürlich nicht machen. Okay, Kontrollpunkt haben wir schon abgeschlossen. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Och, joa. Guckt euch das mal an, ey. Kommt doch hoch. Na, kommt hoch. Kommt hoch zu Papa. Na, kommt hoch zu Papa. Ah, okay. Die versuchen mich durch die, durch die Decke zu ziehen. Na, kommt hoch zu Papa. Oh, oh, oh. Die hören sogar, wie ein Hund. Na, komm, lass mal Gasse gehen. Oh, oh. Wahrscheinlich muss ich jetzt rauslaufen aus der Komplex. Was relativ Sinn machen würde. Weil die jetzt hier alles bevölkern. Kann man die bei denen auch Headshot geben? Okay, der ist irgendwie in der Luft stehen geblieben und dann vor meine Füße gefallen. Alles klar. Na, komm hoch zu Papa. Na, komm. Na, komm. Tuck, tuck, tuck. Komm, komm, komm. Komm. Alter. Komm zu Papa, ey. Du hörst ja gar nicht. Mann, ey. Tod hat er verdient. Okay, hier kommen wir nicht durch. Also müssen wir wohl nach unten oder hier durch. Boah. Die sind schon noch in diesen Gängen drin. Okay, der wird schon tot sein, der Typ da unten. Den wir jetzt zurückgelassen haben. Hätten wir ihn doch lieber befreit, aber. Was soll's. Die sind auch noch von den Aliens, die alle durcheinander jetzt hier. Gemischt. Alles gemischt hier in Monstern und Aliens und. Wer kommt als nächstes Adolf Hitler oder was? Na, komm schon. Okay, wir lassen die einfach mal da. Ich glaub das ist jetzt nicht primär die zu töten. Das ist ja echt nur Zeitverschwendung. Die Schroßflinte schnappen wir uns. Der ist so flink mit den Fingern, ey. Hier waren wir noch nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Na, wo seid ihr denn? Oh, ein Schuss. Ah, das läuft ja. Baaam, ey. Es ist so dunkel, ich seh kaum. Gegner, ey. Das muss man die Lampe haben machen. Okay, die lösen sich wohl anscheinend auf, wenn die mich treffen. Darf ich natürlich nicht allzu viele Treffer kassieren. Ach, hier. Wollen wir mal den Fahrstuhl. Oh, äh, runter. Woah. Das war aber knapp. Oh, es ist hier überall Blut an den Wänden. Leute. Das waren die Aliens. Oh man. Jetzt nehmen die noch Waffen. Ich geh kaputt, ey. Sind die denn bekloppt, oder was? Die können jetzt auf einmal noch mit Waffen hantieren. Das ist doch nicht normal, ey. Sonst noch was? Äh, fehlt noch, dass wir einen Raketenwerfer haben. Eieieiei. Okay, hier können wir nicht, ja. So. Ah, die Brücke scheint kaputt zu sein. Oh, ne. Moment. Okay. Wie lange haben wir Zeit? Müssen wir das jetzt abteilen, oder was? Hm? Eins. Okay. Eins. Zwei. Drei. Okay. Drei Sekunden müssten eigentlich an sich reichen. Eins. Zwei. Okay. Geht das mal auf, wenn jetzt beim nächsten Mal. Oh man, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Ich hab das doch alles geplant. Mann. Ey, das ist so genial, dieser Tarnmodus. Was ist überhaupt da her? Ich gar nicht. Oh man. Wo kommst du denn her? Ah, wo bist du denn? Ist er da oben, oder was? Ah, wo ist denn was? Oh man, das ist ja los. Oh man. Das ist doch gar nicht wahr, dass die mit den Dingern rumlaufen, ey. Oh man, das ist doch verrückt. Oh Mist, jetzt bin ich da runtergefallen, ne? Bist mal allein Ups Ich hab das ganze Glas zerschossen, deswegen Kann man da gar nicht mehr drüber laufen Das hab ich gar nicht gesehen Und jetzt? Bin da wieder hier, ich geh kaputt Oh, da sind wir jetzt rüber gekommen Das sieht ja alles gleich aus, ich weiß gar nicht Auf welcher Richtung ich jetzt bin Also da hier wieder neue Gegner sind, nämlich mal Wir sind jetzt Was ist hier richtig? Boah, was halten die denn aus, ey? Oh Mann, 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 ey Ich hab keine Moon mehr für Die Schrotflinte Was natürlich richtig ärgerlich ist Ich bin ehrlich gesagt Mal wieder total neben der Spur Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wo wir sind I don't know Ich geh mal hier runter Da Haben wir da nicht schon Also das einzige was ich sagen kann Die fressen jede Menge Munition Okay, wir scheinen hier richtig zu sein Okay, wir scheinen hier richtig zu sein Nein, die Moon ist jetzt ausgegangen Das heißt Das heißt, wir müssen uns eine andere Waffe schnappen Die Schrotflinte war so genial, ey Da oben sind die bestimmt Da oben sind die bestimmt Warum hör ich die? Aber jetzt zu Ist doch offen Aber wir müssen dann jetzt her Ja, ich geh mal erstmal hierher Boah, Boxen tun die auch noch, ey Das können die noch alles, ey Demnächster macht Karate Ist der grad wieder aufgestanden? Den ich erledigt habe Das sah irgendwie sehr stark danach aus Ich weiß nicht mehr, wo wir sind, ey Ich hoffe, ihr kommt's Langsamer, sicher mal zum Ausgang, ey Wo ist da jetzt hin? Leute Was mit den Waffen sollten die erstmal lassen Zombies bleiben Zombies Und nicht irgendwelche Halb-Mutanten Mit irgendwelchen Waffen Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Wie kommen wir da hoch? Ähm Ja Gute Frage Entweder ich habe jetzt hier irgendwo einen Weg verpasst Hier scheint nix zu sein Und hier ist auch nix Und hier ist auch nix Da mussten wir doch da hoch Ach man Ich mag das überhaupt nicht, ey Wir laufen hier total orientierungslos durch die Gegend Wir müssen da hoch Wir müssen da hoch, ne Kommen wir denn jetzt da hoch Hier ist zu Kann man da drauf springen Ja, okay Und hier drauf Roll Okay, da können wir durch Oh cool, man kann sehen sogar die Körperteile abschießen Okay Jetzt kann man die Brücke wenigstens aktivieren Ohne dass die wieder kaputt geht Ohne dass die wieder kaputt geht Die funktioniert aber, ne Also sehr helle sind die nicht Da sind die Aliens auf jeden Fall deutlich intelligenter Guckt euch das mal an, ne Der steht und guckt an und wartet Bis wir denn da schießen Boah Aber die sind auf jeden Fall in der Überzahl Das, äh Das steht auf jeden Fall fest Wie viel sind das denn, ey Die sind zu viele, ey Zum Glück finden wir immer wieder neue Waffen mit neuer Munition Sonst hätten wir auch noch Karate lernen müssen So Boah Ach, da muss ich immer drauf Ich drück da schon immer vorher drauf Geht's da jetzt raus Jawoll Eigentlich sind wir oben Oh Verstärkung Oh Sag mal viele Sir Gott sei Dank sind sie da Wir ehren schon seit kurzem rum Als wir den Kontakt zum Rest verloren haben Jajaja Ihr habt euch nicht mal getraut runter zu gehen Erzählt doch keinen Quatsch Erzählt doch keinen Quatsch Und ihre Position ist der Turm Versuchen sie aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen Dann kann ich runter und sie aufsammeln Eieiei Müssen wir jetzt noch weiter kämpfen Das machen wir aber in der nächsten Folge Also schaut in der nächsten Folge rein Dann seht ihr wie es weiter geht Ansonsten halt die Ohren steif Die 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 Vielen Dank.